Einleitung. Die Wurzelkanaltherapie ist ein zahnmedizinisches Verfahren, das dazu dient, infizierte ZA nie zu retten und sie vor weiteren Schaden zu bewahren. In diesem Video werden wir genauer auf die Wurzelkanaltherapie eingehen und erklären, warum es wichtig ist, infizierte ZA nie zu behandeln. Was ist eine Wurzelkanaltherapie? Die Wurzelkanaltherapie, auch endodontische Behandlung genannt, ist ein Verfahren, bei dem das infizierte Gewebe im Inneren des Zahns entfernt wird. Dies geschieht, um den Zahn vor weiteren Schaden zu Schaden viertel 10 und seine Funktionalität wiederherzustellen. Die Behandlung erfolgt in der Regel unter artlicher Beta-Ubung und kann mehrere Sitzungen beim Zahnarzt erfordern. Warum ist es wichtig, infizierte ZA nie zu behandeln? Infizierte ZA nie kann in zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen FA ein Viertel rennen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Die Infektion kann sich auf andere ZA nie ausbreiten und sogar das Zahnfleisch und den Kieferknochen beeintrastigen. Dara ein Viertel BER hinaus kann eine unbehandelte Infektion zu starken Schmerzen FA ein Viertel rennen und die Lebensqualität des Patienten erheblich beeintrastigen. Wie lauft eine Wurzelkanaltherapie ab? Die Wurzelkanaltherapie beginnt mit einer GA ein Viertel endlichen Untersuchung des infizierten Zahns durch den Zahnarzt. Anschließend wird der Zahn unter artlicher Beta-Ubung GEA-Fnid und das infizierte Gewebe entfernt. Der Hohlraum im Inneren des Zahns wird gereinigt und desinfiziert, bevor er mit einem FA ein Viertel Material verschlossen wird. In einigen FA-Len kann eine Krone auf den Zahn gesetzt werden, um seine Stabilität und Funktionalität wiederherzustellen. Welche Vorteile hat eine Wurzelkanaltherapie? Eine Wurzelkanaltherapie bietet mehrere Vorteile gegen eine ein Viertel BER der extraktiven Behandlung, Ziehen des Zahns. Durch die Erhaltung des nataleinviertelrichen Zahns kann in Kieferstruktur und Bissfunktion erhalten bleiben, was sich positiv auf die Gesamtkiefergesundheit auswirkt. Dara ein Viertel BER hinaus ist die Wurzelkanaltherapie ein effektiver Weg, um schmerzhafte Symptome zu lindern und die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Wie kann man sich auf eine Wurzelkanaltherapie vorbereiten? Bevor eine Wurzelkanaltherapie durch Gefahr ein Viertel HRT wird, sollte der Patient mit dem Zahnarzt A ein Viertel BER alle maglichen Risiken und Komplikationen sprechen. Es ist wichtig, alle Fragen zu stellen und eventuelle Bedenken zu erweihern, um sicherzustellen, dass der Patient gut informiert ist. Dara ein Viertel BER hinaus sollte der Patient vor der Behandlung auf eine gute Mundhygiene achten und maglicherweise auf die Einnahme von Blutverdauer ein Viertel nennten Medikamenten verzichten. Fazit. Die Wurzelkanaltherapie ist ein wichtiger Bestandteil der zahnmedizinischen Versorgung und bietet eine effektive Magglichkeit, infizierte Z-Arnie zu retten. Durch die Entfernung des infizierten Gewebes und die Wiederherstellung der Funktionalität des Zahns kann ihnen schwerwiegende gesundheitliche Probleme vermieden werden. Es ist wichtig, infizierte Z-Arnie rechtzeitig zu behandeln, um Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Wenn Sie Fragen zur Wurzelkanaltherapie haben, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, um weitere Informationen zu erhalten.